Vier Wochen Weihnachtsferien, wir machen acht Wochen Sommerferien, wir machen zwei Wochen Karnevalsferien, zwei Wochen Osterferien, Sie machen zwei Wochen Pfingsten und Himmelfahrt und brüllen dann, oh ja, wir sind ja im Wahlkreis. Sie sind einfach im Urlaub immer, Sie machen in den Wahlkreis nichts und Sie wollen auch hier nichts machen. Meine Damen und Herren, im nächsten Jahr werden wir 11.000 Euro brutto ungefähr an Diäten bekommen. Wir werden 5.000 Netto obendrauf bekommen, wir werden die Bahncard erste Klasse haben, wir werden 12.000 Euro Kostenerstattung im Jahr bekommen, wir haben den Fahrdienst in Berlin, es gibt einen Zuschuss zur Krankenkasse von etwa 50 Prozent, es gibt Rentenansprüche etwa 250, 260 Euro. Uns geht es hier drin richtig gut. Draußen die Leute, die müssen arbeiten, die haben Anspruch von sechs, sieben Wochen Urlaub im Jahr. Die gönnen sich nicht das Ganze, was ich hier vorher erzählt habe, gegen das ganze Gebrüll. Man sagt ja immer, getroffene Hunde bellen. Diese zwei Politikern getroffene Politiker brüllen in Brandners Reden rein.